Wollen wir tanzen? Rund mal! Ich würde Ihnen empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen, Dr. Felser. Sie werden erstaunt sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mach ich etwas falsch? Ich bin, 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 ich bin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen, Hanna. Du solltest dich mal entspannen. Zu viel Arbeit ist nicht gut für dich. Ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner. Und an Liebe bist du gar nicht interessiert. 0,0. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Dass er eine Maschine ist? Was ist das Traurigste, was du dir vorstellen kannst? Allein zu sterben? Können wir das jetzt alles mal für den Nachmittag vergessen? Es ist doch nicht so schlimm, wenn ich mal kurz so tue, als wärst du ein Mensch, oder? Ein Leben ohne dich ist jetzt nur noch ein Leben ohne dich. Ist das nicht die Definition, von der man sehr Liebe nennt? Ich bin, ich bin, ich bin.